Ein Archicad Template ist eine Vorlagedatei und entspricht im Prinzip einer normalen Projektdatei, die beim Öffnen jeweils eine Kopie von sich selbst erzeugt, die dann bearbeitet und dann als neue Datei gespeichert werden kann. Das Template, die Vorlagedatei, bleibt dort, wo sie gespeichert wurde, unberührt, unverändert liegen und steht immer wieder in gleicher Form zur Verfügung. Ein Template hat den Vorteil, dass in ihm Einstellungen vorgenommen worden sind, die dann vom einzelnen Projektbearbeiter nicht mehr individuell vorgenommen werden müssen. Und insofern unterstützt ein Template konsistentes und fehlerfreies Arbeiten. Wenn ihr Archicad öffnet, gibt es zwei wichtige Teile, in denen ihr Entscheidungen vornehmen müsst. Ihr könnt eine Vorlage wählen und das ist der Teil, über den ich jetzt spreche. Es gibt dort zunächst mal die mitgelieferten Vorlagen von Archicad. Wir sehen hier im Hintergrund die Beispielvorlage geschoss-oberkante-rohdecke.tpl. Das ist die Dateiendung für ein Template. Es gibt auch diverse andere Vorlagen, die ich selbst erzeugt habe. Wie ich schon sagte, ist eine Template-Datei ja eigentlich erst mal eine gewöhnliche Archicad-Projektdatei, die irgendwo hin gespeichert werden kann. Sie muss also nicht an einem bestimmten Ort liegen. Deswegen gibt es auch den Befehl nach Vorlage suchen, der dann ermöglicht, nach einer Vorlage-Datei im Dateisystem eures Netzwerks oder Computers zu suchen. Diese Vorlage-Datei kommt mit Archicad 22. Was man zunächst sehen kann, ist, dass man auch so eine Art Gebrauchsanweisung dorthin schreiben kann. Auf dieser Seite sieht man, was alles zu den Einstellungen einer Projektdatei gehört und was natürlich zum Teil oder insgesamt in einer Vorlage-Datei bürospezifisch oder projektspezifisch voreingestellt werden kann. Ich werde in diesem Video darauf eingehen, welche Voreinstellungen mir persönlich wichtig sind für ein Startprojekt. Ich habe eine eigene Template-Datei erzeugt, deren Link ihr unten in der Beschreibung findet, mit der Einschränkung, dass es sich um eine Datei der Studentenversion von Archicad handelt. Ich werde nicht auf alles eingehen können, was zu einem Projekt gehört. Ich möchte mir erlauben, nur auf die Dinge einzugehen, die ich für besonders wichtig halte und damit auch darüber sprechen, was überhaupt wichtig ist bei einem Projekt und was vielleicht an dieser Stelle am besten erklärt werden kann. Ich werde in diesem Video eingehen auf Projektinfo-Einstellungen, auf die Frage, wie Einheiten verwendet werden, auf die Bibliotheken, auf den Output meiner Datenbank-Inhalte in Form von interaktiven Auswertungen und Flächenberechnungen. Auch das kann in einem Projekt sehr fein konfiguriert werden. Dann natürlich Attribute, Linien, Schraffuren, Oberflächen, Baustoffe etc. Zusammengefasst im Attribute-Manager. Weiter geht es mit der logischen Struktur eines Projektes, nämlich mit der Geschossstruktur und damit auch der Vorgabe der Wand-Decken-Logik, die in diesem Projekt zur Anwendung kommt. Daraus ergibt sich auch die Grundeinstellungen der Werkzeuge. Auch das lässt sich in einem Template hervorragend speichern. Daraus abgeleitet natürlich, welche Favoriten gibt es in meiner Vorlagedatei. Daraus ergeben sich auch direkt die Projekteinstellungen für Klassifizierungen und Eigenschaften. Auch insofern, als dass diese beiden Dinge direkt den IFC-Types und IFC-Parameter-Sets entsprechen. Ich möchte bei allem, was ich hier mache, immer auch die Implementierung von Projektarbeit im OpenBIM-Workflow thematisieren. Damit verbunden natürlich auch den Export im IFC-Format. Es schließt sich an, auch das ist eine Projekteinstellung. Was sind eigentlich IFC-Übersetzer und wie kann ich diese IFC-Übersetzer handeln? Dann, ganz wichtig, die Regelung der Exporteinstellungen für das Projekt in Form von Publisher-Sets. Was sind Publisher-Sets? Welche brauche ich wirklich? Insbesondere wieder mit IFC-Übersetzern kombiniert. Ebenso zu den Projekteinstellungen gehören die Layouts, die Master-Layouts und die daraus abgeleiteten Layouts. Und dem geht voran die Frage, welche Ausschnitte gibt es eigentlich in meinem Projekt? Welche brauche ich? Es geht dann weiter mit der Frage, was sehe ich in den Ausschnitten? Und da sind die Punkte aus dem Dokumentationsmenü von besonderer Bedeutung, wie Modelldarstellung, grafische Überschreibungen, Strukturdarstellung und Umbaustatus. Also die Stellschrauben, die bestimmen, wie eigentlich meine Ausschnitte wirklich aussehen, beziehungsweise welchen Teil meines Modells sie zeigen. Der Höhepunkt des Ganzen ist dann die Ebenenstruktur für das Arbeiten im Projekt von extrem großer Bedeutung und vor allen Dingen auch, welche Ebenenkombinationen ergeben sind. Auch da lohnt es sich, eigene Einstellungen vorzunehmen. Und auch da habe ich in meinem eigenen Template etwas anders gemacht, als in der original Archicad-Vorlage. Also Ebenen, Ebenenkombinationen zum Schluss. Eines der wichtigsten Dinge, die in einer Vorlagedatei eingerichtet werden sollten. Bevor ich jetzt im Einzelnen zeige, was ich in meinem Template eingestellt habe, beziehungsweise was sich vielleicht darüber hinaus lohnt, in einer Vorlagedatei einzustellen, möchte ich erst mal zeigen, was nicht zu einer Vorlagedatei gehört. Und das ist ganz klar alles, was mit dem Thema Arbeitsumgebung zu tun hat. Die Arbeitsumgebung definiert im Prinzip die Oberfläche eures Archicad mit allen möglichen Komponenten, wie zum Beispiel, wie der Tracker aussieht, wann der erscheint, wo der erscheint. Es gibt Tastenkürzel, die ihr festlegen könnt. Ihr könnt die Werkzeuge konfigurieren und so weiter und so weiter. Das sind alles keine Dinge, die mit der Datei selber gespeichert werden. Deswegen könnt ihr auch beim Öffnen einer Datei nicht nur eine Vorlage auswählen, sondern ihr könnt auch eine Arbeitsumgebung auswählen. Das sind zwei getrennte Dinge. Und ihr könnt auch, während ihr arbeitet, die Arbeitsumgebung wechseln. Das geht dann über Arbeitsumgebung Profil anwenden. Und dort könnt ihr jederzeit, während ihr arbeitet, euch eine andere Oberfläche aufrufen. In diesem Fall gibt es vier, drei von Archicad, eine von mir. Kommen wir jetzt zu dem ersten Punkt meiner Liste. Was gehört alles in eine Vorlagedatei oder was kann man in einer Vorlagedatei speichern? Optionen, Projektpräferenzen, Projektlage. Hier kann ganz klar die Identität des Projekts definiert werden, also zum Beispiel der Name. Da sieht man, was man alles eintragen kann. Unter anderem steht in meiner Vorlagedatei an dieser Stelle, basiert auf Template, Start, Sondermann, AC22 und so weiter. Das ist also quasi ein Hinweis darauf, dass dieser Datei eine Vorlage zugrunde liegt. Außerdem natürlich die Adresse und vor allen Dingen die geografische Lage. Am einfachsten geht das natürlich über die Auswahl eines Ortes. Und falls es nicht in einem dieser Orte ist, müsst ihr das eben manuell eingeben. Zeitzone, Höhenlage, Meeresspiegel, Nordrichtung. Wo spielen diese Dinge unter anderem eine Rolle? Naja, zum Beispiel könnt ihr alle Daten, die ihr unter diesen Projektinformationen definiert habt, mit Autotext an beliebiger Stelle in eurem Projekt einsetzen. Dazu nimmt man das Textwerkzeug, zieht einen Textrahmen auf oder klickt irgendwo hin, geht auf das Autotext-Symbol und dort seht ihr schon in der Liste, dass ihr dort alle möglichen Dinge reinschreiben könnt. Also Projektname und so weiter, aber auch Grundstück, Gebäude, Architekt. Und das sind dann Variablen, die die Einträge aus euren Projektpräferenzen übernehmen. Es geht weiter in den Projektpräferenzen, die Arbeitseinheiten. Hier könnt ihr nochmal Änderungen vornehmen, falls euch die Anzahl der Dezimalstellen nicht passt oder irgendetwas anderes. Dann gibt es diesen 6er-Pack Bemaßungseinstellungen bis Regeln und Standards. Bei Maßungseinstellungen, da geht es darum, wie werden eigentlich in Maßketten und in anderen Bemaßungsvarianten Zahlen gerundet, welche Einheiten werden verwendet. Die Berechnungseinheiten und Regeln beziehen sich auf die Berechnungen in interaktiven Auswertungen und in der Flächenberechnung, also in dem Output eurer Datenbank in Tabellenform. Es gibt hier unten noch Regeln, konditionale Parameter, auf die man klicken kann. Hier wird definiert, um welches Maß Volumina und Oberflächen von Wänden, Decken usw. reduziert werden. Außerdem ist hier aufgelistet, was in der Liste explizit als Schicht, als Teil eines mehrschichtigen Bauteils ausgelesen werden kann. Das bezieht sich auf Wanddämmung, Wandluftschicht, Dach- und Schalendämmungsschichten. Und es gibt hier rechts die Listen der Baustoffe, die es in dem Projekt gibt. Und dort sind die markiert, die dann, sofern sie im Einsatz sind, in einem mehrschichtigen Bauteil explizit in der Liste ausgelesen werden können. Das wird mit der Projektdatei gespeichert und kann entsprechend auch in einer Vorlagedatei in anderer Weise voreingestellt sein. Dann geht es weiter. Raumflächen, auch ganz wichtig. Flächenberechnung von Räumen. Was wird abgezogen? Wandnischen, Wandstützen, auch die Flächen unter geneigten Dachflächen. Was sind die Referenzhöhen im Projekt? Das Altsystem kennen wir aus der Darstellung von Überkopfdecken im Geschoss darüber. Siehe mein Video, korrekte Deckendarstellung. Und die Regeln und Standards definieren eigentlich nur, welche Treppenregeln bei den Treppeneinstellungen sichtbar sind und benutzt werden können und welche nicht. Also man sieht schon, hier ist ein ziemlicher Gemischtwarenladen von Einstellungen hauptsächlich numerischer Natur, also Maße, Berechnungsregeln, die an dieser Stelle eingestellt werden können. Ich habe in meiner Vorlagedatei hier überhaupt nichts geändert. Nächster wichtiger Punkt sind die Bibliotheken. Dazu ein kurzer Blick auf das Objektwerkzeug. Was ihr hier seht, sind Stuhlobjekte. Es gibt natürlich auch die Grundkörper. Dabei handelt es sich um Bibliothekselemente. Und diese Bibliothekselemente liegen alle in einem riesenhaften Ordner. Da muss man sich das vorstellen, der immer geladen sein muss. Dazu gibt es einen Befehl, der heißt Ablage Bibliotheken und Objekte Bibliotheken Manager. Das kennt ihr von den Updates. Da werdet ihr nicht nur regelmäßig aufgefordert, euer Archiker zu aktualisieren, sondern auch die Bibliothek. Und man sieht hier schon, diese Bibliothek ist sehr groß, fast 700 Megabyte. Das ist also ein riesen Verzeichnis. Und wenn man mal auf i klickt, dann sieht man platzierbare Teile 2248, sonstige Teile 3237. Was ich euch eben gezeigt habe, Möbel, Grundkörper und was ihr noch alles kennt aus dem Fundus des Objektewerkzeugs, das sind die platzierbaren Teile. Und man sieht, dass es noch wesentlich mehr gibt, was auf diese Weise gar nicht platziert wird. Man könnte vereinfacht sagen, alles, was ihr in Archikat zeichnet, konstruiert, modelliert, stammt aus der Bibliothek. Also kurz gesagt, ohne Bibliothek könnt ihr überhaupt nicht arbeiten. Es ist normalerweise auch gar kein Thema, weil ihr diese Bibliothek eh geladen habt. Und wenn ihr nichts daran verändert, wird hier auch nie ein Problem auftauchen. Es kann aber sein, dass ihr eigene Objekte erzeugt habt. Und diese eigenen Objekte müsst ihr immer irgendwo versorgen. Entweder integriert ihr sie in eurer Projektbibliothek oder ihr legt während des Sicherns einen eigenen Ordner an. Das bedeutet, es kann sein, dass euer Projekt externe Bibliothekselemente referenziert, die in irgendeinem Ordner liegen. Und den müsst ihr dann immer dazugeladen haben. Und das geht dann über den Befehl hinzufügen. Dort könnt ihr also irgendeinen Ordner auswählen, in dem diese Objekte liegen in eurem System. Und dann wird er hier hinzugeladen. Ihr müsst also, sofern ihr Objekte benutzt, die nicht in der Standardbibliothek liegen, diese in irgendeiner Weise dazuladen und dafür sorgen, dass sie auf diese Weise verfügbar sind. Okay, also auch das eine Projekteinstellung. Drittes großes Thema, interaktive Auswertungen und Flächenberechnungen. Unter Dokumentation findet ihr das. Logisch, denn interaktive Auswertung bedeutet Listendarstellung eures Projekts. Und bei Listen und Berechnungen findet ihr die Flächenberechnung. Interaktive Auswertungen gibt es schon verschiedene Voreingestellte. Deswegen brauchte ich jetzt auch selber erst einmal gar nichts machen in meiner Vorlage-Datei. Nehmen wir mal als Beispiel die Liste mit den Wänden, Außenwände tragend. Dann erscheint als Archicad-Fenster, das seht ihr hier, ein Fenster neben dem Grundrissfenster und neben dem 3D-Fenster. Als neues Fenster jetzt ein Listenfenster. Hier steht nichts drin, weil wir keine Wände haben. Ihr könnt diese Liste wie in Excel formatieren, also Trennlinien und so weiter. Ihr könnt die Schrift natürlich einstellen. Und ihr könnt vor allen Dingen einstellen, was ihr in dieser Liste seht, in welcher Reihenfolge. Wir hatten eben einen Befehl gesehen, der heißt Dokumentation, interaktive Auswertungen, Schemaeinstellungen. Das ist der Zugriff auf die Konfiguration dieser Listen, auch auf die Neuerstellung. Und das Gleiche geht auch hier direkt in der Listendarstellung selbst. Ich klicke hier auf Schemaeinstellungen und komme dann sozusagen zu den Einstellungen dieser Liste. Nur ganz kurz die Kriterien beschreiben, um was geht es. Elementtyp ist gleich alle Typen, aber Archicad-Klassifizierung ist gleich Wand und tragende Funktion ist gleich Tragend und Lage ist gleich Außen. Damit ist klar, es werden nur Objekte erfasst, die sowohl als Wand klassifiziert sind, als auch Tragend, als auch als Außenliegend. Und dann steht hier unten die Felder, also in welcher Reihenfolge wird was dargestellt. Wie gesagt, das nur ganz kurz. Könnt ihr alles konfigurieren an dieser Stelle. Gehört zu einem Projekt, gehört zu einer Vorlagedatei. Dokumentation, Listen und Berechnungen, Flächenberechnung. Ähnliche Sache, da geht es allerdings um logischerweise Flächenberechnung. Und dort kann man dann eben diese konfigurieren. Es gibt verschiedene voreingestellte Listen. Okay, jetzt zu den Attributen. Optionen, Elementattribute. Dort seht ihr die Liste von Attributen, Stifte, Farben, Linien, Schraffuren, Oberflächenmaterialien, Baustoffe, mehrschichtige Bauteile, Profilmanager, Raumkategorien vielleicht auch, Projektmarkerstile. Und Nutzungsprofile. Die Ebenen, die auch in diesem Video besprochen werden zum Schluss, sind auch Teil der Elementattribute. Das sind alles sehr wichtige Sachen. Die Bestandteile eurer Konstruktionszeichnungen. Die könnt ihr hier konfigurieren, ändern, ergänzen, löschen. Warum auch immer man das machen sollte. Alles das wird Teil des Projekts. Und die Stelle, wo man das am besten sehen kann, ist im Attribute-Manager. Der Attribute-Manager ist in Archicad 22 wirklich extrem aufgebohrt worden. Und wir nehmen mal jetzt hier das Beispiel Schraffuren. Ihr kennt es schon von meinem Video Schraffuren zeichnen und Schraffuren-Tuning. Man sieht hier im Projekt und hier sieht man temporär. Wir haben hier zwei Listen. Ich kann jetzt hier eine Datei öffnen. Nehmen wir mal eine andere Archicad-Datei, nämlich die mit dem Template Geschoss Oberkante Rohdecke und öffne die. Und was ihr dann seht, ist die gleiche Kategorie von Elementattributen aus eurer neu geöffneten Datei gegenüber der gleichen Liste in eurer aktuellen Projektdatei. Jetzt sind diese Listen absolut gleich, weil ich in meiner Vorlage-Datei überhaupt keine Schraffuren gelöscht habe oder neu hinzugefügt habe. Aber nehmen wir mal an, irgendjemand hat euch eine Archicad-Projektdatei gegeben, in der Elementattribute fehlen, zum Beispiel Schraffuren. Dann könntet ihr eine Template-Datei von Graphisoft auf diese Weise öffnen, wie ich es gerade gezeigt habe. Die entsprechenden Elemente, die links fehlen, auswählen und hier mit diesen Buttons Anhängen nach Index, nach Name in euer laufendes Projekt hinein importieren. Deswegen solltet ihr den Attribute-Manager auch kennen, denn hier könnt ihr all diese Elementattribute in Listenform sehen und verwalten. Ich habe an mehreren anderen Stellen, auch im Video über Oberflächen, Materialien und Baustoffe, darüber schon ausführlich gesprochen. Wie gesagt, zentraler Teil einer Datei, auch zentraler Teil natürlich einer Vorlage-Datei. Vor allen Dingen, wenn ihr neue Schraffuren, neue Linientypen oder neue Baustoffe oder Oberflächenmaterialien definiert habt, die ihr wollt, dass sie immer verwendet werden. Nächster wichtiger Punkt, die Geschossstruktur. Geschossstruktur. Die Geschossstruktur gibt die räumliche Gliederung eures Bauwerksmodells vor. Die kann auch geändert werden nachträglich. Im Moment stehen alle Geschosse auf der Geschosshöhe 3 Meter. Ich habe ein UG, ein EG und drei Obergeschosse. Nach meiner Logik baut man Decken im Modell über Kopf. Das heißt, die Bodenplatte des Erdgeschosses, die Rohdecke, läge dann im UG. Dazu brauche ich also das UG immer, auch in einem Projekt, was gar keinen Keller hat. Da ist eigentlich nicht besonders viel dabei. Man sieht schon, dass es recht einfach ist. Man kann Geschosse darüber einfügen, darunter einfügen. Man kann die Geschosshöhen jederzeit ändern. Insofern sind die Geschosseinstellungen selber gar nicht so kompliziert. Was schon interessanter ist, sind die Grundeinstellungen der Werkzeuge, die sich auf diese Geschosse beziehen. Und da gehe ich jetzt weiter. Auch das alles, Projekteinstellungen, nehmen wir mal das Wandwerkzeug. Ich kann also Wände auf Geschosse beziehen. Nicht nur auf die Nullebene des Geschosses, sondern auch auf die Nullebene des darüberliegenden Geschosses. Insofern ist die Geschossstruktur für Wände besonders praktisch. Denn eine Geschosshöhenänderung würde automatisch bedeuten, dass eine Wand höher wird. Gehen wir mal zu den Decken. Auch die Deckeneinstellungen, zumindest diese eine, ist natürlich dann auch die Starteinstellung in einem Template. Insofern auch interessant, was man hier einstellen kann. Komischerweise ist da der Geschossbezug nur 50% von dem, was wir bei der Wand haben. Nämlich der Bezug zur Nullebene des Geschosses. Den kann ich einstellen. Der ist in diesem Fall 3 Meter zur Oberkante der Decke. Es gibt keine Möglichkeit, die Oberkante der Decke auch zu verknüpfen mit der Nullebene des darüberliegenden Geschosses. Das kommt sicher irgendwann, geht im Moment noch nicht. Das heißt, bei einer Geschosshöhenänderung müsste man die Decken manuell nachjustieren. Soweit die wesentlichen Werkzeuge und ihr Geschossbezug. Und da wir bei den Voreinstellungen für Werkzeuge sind, schließt sich jetzt logisch an die Favoriten. Die Favoriten kann ich aufrufen unter Fenster, Paletten, Favoriten, STRG F. Oder es gibt einen Button in der Symbolleiste oben. Wie auch immer, bei den Favoriten handelt es sich um Voreinstellungen für Werkzeuge. Wenn wir mal zu den Decken und Böden gehen, dann sehen wir die hier. Kleiner Hinweis, hat jetzt mit den Projekteinstellungen nichts zu tun. Unter Arbeitsumgebung kann man bei den Bildschirmoptionen einstellen, dass man die Konturen sehen kann. Bei Favoriten und Bibliothekselement Vorschau, das sieht dann noch ein bisschen knackiger aus. Kleinigkeit hat nichts mit den Projektvoreinstellungen zu tun, wie gesagt. Aber, wenn ich hier doppelt draufklicke, kann ich also mit dem Deckenwerkzeug dieses Ding hier zeichnen. Und wenn ich hier doppelt draufklicke, kann ich mit dem Deckenwerkzeug dieses Teil zeichnen. Und jetzt ist die Frage, was habe ich denn da eigentlich? Ich bin jetzt in meiner Vorlage-Datei, kann jetzt hier draufgehen, rechte Maustaste und bearbeiten. Und da kann ich die Einstellungen sehen. Das sind die Grundeinstellungen für dieses Element, die ich gespeichert habe und jederzeit durch Doppelklick auf diesen Favoriten benutzen kann. Und hier sieht man auch, dass ich einen Bodenaufbau habe, der Teil des aktuellen Geschosses dann wäre. Also das wird nicht über Kopf gezeichnet, sondern das wird quasi als Teil des Bodens gezeichnet im aktuellen Geschoss. Deswegen bezieht es sich auch im Moment auf das Erdgeschoss, hat eine Dicke von 10 cm. Weil es sich um ein mehrschichtiges Bauteil handelt, ist das jetzt hier ausgegraut. Und die Oberkante liegt auf plus 10 cm. Das ist also alles richtig. Auch hier gibt es übrigens eine Ebenenzuordnung bei den Favoriten. Wie gesagt, das sind ja einfach nur Werkzeugeinstellungen, die allerdings gespeichert sind. Welche Favoriten ihr anlegt, ist euch allein überlassen. Wenn ihr jetzt irgendwas zeichnet, dann könnt ihr sagen, dass ihr das als Favoriten speichern möchtet. Und dann erscheint das in dieser Liste und das ist projektspezifisch. Das ist Teil der Projektdatei und kann deswegen auch in einer Vorlagedatei angelegt werden. Bleiben wir an dieser Stelle und zeichnen mal eine Wand, ein Wandrechteck meinetwegen. Gehe mal in die räumliche Darstellung und schaue mir das hier an. Dann gehe ich auf meine Wandfavoriten. Und jetzt kann ich aus der Favoritenpalette diese Wände umdefinieren. Ich nehme mal keine Innenwand, ich nehme mal eine andere Außenwand, Kalk-Sandstein-Wärmedämm-Verbundsystem. Klicke da doppelt drauf. Damit wird es zu der aktuellen Werkzeugeinstellung. Man kann es vielleicht hier oben sehen in der Infopalette. Und ich kann jetzt mit gedrückter STRG und ALT-Taste auf diese eine Wand draufklicken. Und dann verwandelt die sich in eine solche Kalk-Sandstein-Wand. Ich kann also auf diese Weise ganz schnell irgendwas, was ich gezeichnet habe, mit Bürostandard-Einstellungen versehen. Wenn ich rechts draufklicke, dann kann ich mit dem Befehl Transfer-Einstellungen anwenden, anschauen, was ich da übergeben habe. Hier steht jetzt alles übergeben. Das heißt, ich habe also alle möglichen Einstellungen, die man im Wandwerkzeug machen kann, übergeben. Das heißt also die Geometrie, die Ebenenzugehörigkeit, die Klassifikation, die Eigenschaften und so weiter. Und es gibt noch diverse Untersets davon, wie zum Beispiel Ebene und ID möchte ich nicht übergeben. Ich will also auf gut Deutsch nicht, dass sich die Ebenenzugehörigkeit der Wand ändert bei dieser Übergabe, falls der Favorit eine andere Ebenenzugehörigkeit hat als mein platziertes Element. Nur als Ausblick will ich jetzt nicht erklären, Parameter-Transfer-Einstellungen da unten. Da könnt ihr eine Million Varianten konfigurieren, was eigentlich bei einer solchen Parameter-Übergabe genau übergeben wird. Das heißt, ihr könnt irgendwelche beliebigen eigenen Sets anlegen unter Neu. Und dort dürft ihr dann ankreuzen, was ihr denn bitte schön übergeben haben wollt. Viel Spaß, das hat es in sich, will ich jetzt aber nicht weiter behandeln. Die Favoriten sind quasi die Vervielfachung von Grundeinstellungen für Werkzeuge. Wenn ich meine Vorlagedatei öffne, habe ich als Voreinstellung, nehmen wir mal die Stütze, zum Beispiel so etwas. Beton, Stahlbeton, Ebenenzugehörigkeit, Stützen 0,1. Abstand zum Nullniveau des Obergeschosses ist 20 cm. Das Ding steht auf dem Rohfußboden. Und das ist meine Grundeinstellung. Wenn ich jetzt weitere Grundeinstellungen speichern wollte, müsste ich das über diese Favoriten machen. Ich könnte dann also sagen, ich baue jetzt hier eine Stütze ein und mache die eckig. So, jetzt ist sie eckig. Jetzt wähle ich hier oben im Katalog meiner Favoriten den Stützenordner aus. Klicke hier unten auf das kleine Symbol Neuer Favorit. Kann hier jetzt einen Namen geben und auf OK klicken. Und dann wird diese Stütze, die ich da gerade produziert habe, als neuer Favorit hier angelegt. Das ist die Möglichkeit, ein eigenes Baukastensystem mit eigenen Elementen zu erzeugen. Wo wir schon über Elemente sprechen und über ihre Eigenschaften. Bauelemente in Archicad sind Teil eines Klassifikationssystems und haben ein definiertes Set von Eigenschaften. Insofern gibt es in Archicad auch eine Struktur wie im IFC-Datenschema, das auch ein Klassifizierungssystem für Bauelemente kennt und ein paralleles System von Einstellungen, sogenannten P-Sets, Parameter-Sets, die diese Bauelemente beschreiben. Deswegen auch hier Projekt zugehörig, Datei, intern festgelegt, gespeichert, die Klassifizierung, das Klassifizierungssystem. Das ist eigentlich ganz logisch aufgebaut. Es gibt ein System, das heißt Archicad Klassifizierung 22. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine Hierarchie. Die gültige und momentan auch einzige Klassifizierung, das Klassifizierungssystem 22, enthält Bauteile und Unterelemente. Also Bekleidung Belag zum Beispiel, da gibt es verschiedene Unterelemente. Es gibt Elemente, da gibt es mehrere Ebenenelemente darunter. Das ist das Klassifizierungssystem und das ist dazu gedacht, dass jedem Element, was hier in Archicad zeichnet, also jedem 3D-Element, jedem Bauteil, ein bestimmter Typ zugeordnet werden kann. Das ist die Archicad eigene Klassifizierung. Die Klassifizierung dient dazu, Bauelemente einzugliedern in ein System. Und das Zweite, was jetzt von Bedeutung ist, was auch an einem IFC-Datenschema von Bedeutung ist, sind die Eigenschaften dieser Elemente. Also zum Beispiel die Größe, die Höhe, die Geschosszugehörigkeit, aber eben auch explizite Informationen wie Brandschutzinformationen, Wärmedurchgangskoeffizienten und so weiter und so weiter. Das ist jetzt bei Archicad in der Weise gekoppelt, dass es für bestimmte Typen bestimmte Eigenschaften gibt, die man dann auch festlegen kann mit bestimmten Werten und andere eben nicht. Anderer Befehl Eigenschaftenmanager. Hier sehe ich jetzt alle möglichen Eigenschaften. Das ist die Maximalmenge an Eigenschaften, die im Moment in Archicad für die Beschreibung eurer Bauteile zur Verfügung steht. Ihr könnt auch jederzeit neue Eigenschaften definieren durch Neu. Ihr könnt sie einer Gruppe zuordnen und so weiter. Und dann könnt ihr sagen, was das für eine Eigenschaft sein soll. Nehmen wir mal zum Beispiel die Wärmedämmung. Das ist eine Eigenschaft, da steht hier War falsch, im Moment voreingestellt auf Falsch. Das ist eine Bullshit-Funktion, die die Werte True und False, also Ja oder Nein, annehmen kann. Man kann sich das dann hier rechts anschauen unter Wertedefinition. Da steht es auch, Wertetyp war falsch. Es ist voreingestellt, dass der Wert auf Falsch steht, also auf Nicht. Ihr könntet auch sagen, der soll voreingestellt auf Undefiniert stehen. Das heißt, man muss dann eine Einstellung vornehmen. Dann gibt es einfache Strings, also Zeichenfolgen. Da kann man dann Texte eintragen. Nehmen wir mal das Optionen-Set Schallschutzklasse. Dort sehen wir, dass der Datentyp ein Optionen-Set ist, also ein Flyout-Menü. Und dieses Optionen-Set kann man dann befüllen mit sogenannten Optionen. Das heißt, ich kann also hier Werte eintragen. Durch Hinzufügen kann ich diese Liste ergänzen. Der Wert ist aber auf Unbestimmt gestellt. Das bedeutet, ich habe erstmal keine explizite Festlegung. Wenn also diese Eigenschaft in einem meiner Bauelemente zur Verfügung steht, ist dir erstmal kein expliziter Wert zugewiesen. Das sind Eigenschaften, die können also so in dieser Weise formatiert sein. Und dann können sie vor allen Dingen Bauelementen gemäß der Klassifizierung zugeordnet sein. Individuell ist der Standardfall. Und das bedeutet, die Eigenschaft Schallschutzklasse ist über den Button Bearbeiten bestimmten Elementen zugeordnet. Das kann man dann hier ankreuzen. Und das, was nicht angekreuzt ist, hat dann eben später nicht diese Einstellbarkeit Schallschutzklasse. Wie zum Beispiel ein Geländer, eine Leuchte hat nicht eine Schallschutzklasse. Das gäbe auch keinen Sinn und so weiter. Eigenschaften sind an Bauelemente oder anders gesagt Mitglieder des Klassifikationssystems gekoppelt. Deswegen kann man hier auch wieder auf den Klassifizierungsmanager gehen, um wiederum dort vielleicht noch eine weitere Klassifizierung vorzunehmen, die einem hier fehlt. In meiner Vorlagedatei ist es gar nicht angefasst. Ich wollte euch das nur zeigen. Eigenschaftenmanager, Klassifizierungsmanager, ganz, ganz wichtig. Hat auch viel später mit dem IFC-Export zu tun. Und hat vor allem damit zu tun, dass ihr von Anfang an wisst, was ihr macht. Ich zeige euch das kurz bei der Wand. Da steht es, Klassifizierungen. Archicad-Klassifizierung 22 ist also angehakt. Die könnte auch abgehakt sein, dann ist es nicht klassifiziert. Ich könnte jetzt hier auch sagen, das ist gar keine Wand, sondern eine Leuchte. Also die Wand, die ich zeichnen werde, erscheint später in einer Liste, die alle Leuchten auflistet. Und umgedreht ergibt es natürlich Sinn, wenn ihr mit einem abstrakten Tool, wie zum Beispiel dem Morph-Werkzeug, etwas baut, was eine Wand sein soll. Könntet ihr damit sagen, dass es eben doch eine Wand ist. Dann könnt ihr hier die tragende Funktion auswählen. Ihr könnt statt tragend auch sagen, es soll nicht tragend sein und so weiter. Das sind jetzt diese Eigenschaften, die dem Wandtypus zugeordnet sind, über die Einstellungen für Eigenschaften und Klassifizierung, die ich euch gerade gezeigt habe. Klassifizierung und Eigenschaften leiten nahtlos über zum IFC-Export eines Modells. Ein Modell aus Archicad wird beim Export zu IFC zu einem IFC-Modell. Und dafür gibt es den Bereich Interoperabilität IFC. Und dort gibt es dann verschiedene Dinge, die man sich anschauen kann. Ganz kurz vielleicht der IFC-Projektmanager, der die Projekt-Hierarchie eures aktuellen Modells im IFC-Sinne zeigt. Projekt, Gelände, Gebäude. Dann kämen hier die Geschosse und die Bauteile. Wir haben aber hier gar nichts drin, deswegen sieht man hier auch nichts. Dann kommen die Übersetzer. Und das ist quasi der wichtigste Teil, denn eigentlich ist der IFC-Export überhaupt nicht statisch irgendwie festgelegt, sondern er ist unendlich konfigurierbar, ähnlich wie oder mehr als DXF- oder DWG-Übersetzer. Und dann nehmen wir mal zum Beispiel den Solibri-Export-Übersetzer. Also es gibt hier von Archicad diverse voreingestellte Sets von Exporteinstellungen für den IFC-Export, sogenannte Übersetzer. Und da kann man sich die Einstellungen mal anschauen. Ich will das jetzt gar nicht im Detail beschreiben, weil das ein ganz, ganz eigenes Thema ist und auch sehr komplex. Aber man sieht hier schon, es gibt die Typ-Zuordnung und es gibt die Eigenschaften-Zuordnung. Und das ist in einem Übersetzer geregelt, welche Typen eures Archicad-Klassifikationssystems werden eigentlich zu IFC-Typen. Denn das IFC-Datenschema hat auch Typen. Das Klassifizierungssystem von Archicad und das IFC-Entity- oder Element-Typ-System sind quasi das Gleiche. Und da sieht man, dass zum Beispiel eine Archicad-Wand zu einem IFC-Wall wird. Das kann man jetzt hier sehen. Falls die Zuordnung hier nicht stimmen würde oder falls eine fehlen würde, könnte man die hier an dieser Stelle ergänzen. Das waren die Typen. Das war also Klassifizierung sozusagen. Jetzt kommen die Eigenschaften. Eigenschaften-Manager hatten wir eben von Archicad und im IFC-Modell heißt das dann P-Sets. Man sieht also hier die IFC-Element-Typen, zum Beispiel die IFC-Wall. Dann sieht man die in diesem Übersetzer verfügbar gemachten IFC-Eigenschaften. Und dann kann man noch anschauen, welche Archicad-Eigenschaften denen dann entsprechen. Das kann man also hier einstellen. Das heißt, die Archicad-Eigenschaften können auf IFC-Eigenschaften gemappt werden, die dann wiederum als Teil des IFC-Exports übernommen werden. Und das ist wiederum Teil, das kann man eben auswählen und festlegen, des sogenannten Übersetzers. Also einer speziellen Konfiguration zum IFC-Export. Diese Übersetzer werden auch in einer Projektdatei eingestellt oder geändert oder einfach nur benutzt. Da kommen wir gleich dazu. Also sind sie Teil einer Datei, eines Projekts und können deswegen auch in einer Vorlage-Datei vorgegeben werden. So, wo wir da schon sind beim Export IFC, kommen wir zum Publisher. Der Publisher ist die Stelle in Archicad, aus dem heraus Dateien geschrieben werden, also Exportdateien, oder gedruckt wird. Gehen wir mal davon aus, dass das Drucken eine untergeordnete Rolle spielt. Der Befehl heißt Publisher und wir sehen hier eine zweispaltige Anzeige. Streng genommen haben wir hier rechts den Publisher. Das ist dieses Symbol hier. Und hier links haben wir die Spalte mit den Layouts oder die mit den Ausschnitten. Gehen wir mal kurz zu der Standard Archicad-Vorlage-Datei. Was hat die anzubieten beim Publisher? Wir sehen, dass es hier mehrere Sets gibt. Jetzt sehen wir hier Publisher-Sets, die sind hier angelegt. Das sind fünf Stück. Publisher-Sets sind eigentlich Ordner, mehr nicht. Und wenn ich doppelt auf so ein Ding draufklicke, dann sehe ich, dass in diesem Ordner Dinge drin liegen. In diesem Fall in Unterordnern, die PDFs darstellen. Und diese PDFs kommen eigentlich aus der linken Spalte, wo ich nämlich ein Layout hier reingezogen habe. Und dann wird es quasi auch zu einem PDF. Warum? Weil ich hier unten beim Format festgelegt habe, das soll als PDF exportiert werden. Anders ausgedrückt sind Publisher-Sets Exportordner, die erstmal keinerlei eigene Aktion unternehmen. Ich kann nur sagen, die sollen alle Komponenten eures Projekts hier da reingezogen werden. Entweder sichern als Dateien, drucken oder eben als BIMx-Hypermodell hochladen. Der Standard ist Dateien sichern. Also der alltagsmäßige Normalfall. Dann könntet ihr hier angeben, wohin die gespeichert werden. Also das ist alles, was im Publisher-Set selber entschieden ist. Was macht es mit den Dateien, die man da reinzieht? Und wenn die gesichert werden sollen, wo werden die dann gesichert? Weiter geht es eben mit dem Inhalt. Ich nehme mal die IFC-Ordner. Da liegt jetzt im Ordner Beispiel IFC-Tragwerk ein Element drin, das als IFC-Datei exportiert werden soll. Das dritte wäre dann noch ein DWG-Beispiel. Das heißt, da haben wir hier als Format das DWG ausgewählt. Das sind Publisher-Sets. Und ich kann jetzt, wenn ich diese Publisher-Sets angelegt habe, hier unten auf Publizieren klicken. Und dann werden die quasi auf Knopfdruck exportiert als Dateien oder gedruckt. Oder sie werden das Bimax-Modell hochgeladen auf die entsprechende Plattform, wenn als Export ein Bimax-Modell vorgesehen ist. Mein Template ist ja dazu gedacht, dass Dinge etwas einfacher geregelt sind, etwas übersichtlicher sind, damit ich es besser benutzen kann für den Anfang. Ich habe jetzt hier zwei Publisher-Sets angelegt. Der eine Ordner macht aus den Dateien PDFs. Das wäre jetzt hier zum Beispiel dieses eine Layout, was ich darüber gezogen habe, während alles, was ich in diesen Ordner ziehe, zu einer IFC-Datei wird. Und was habe ich jetzt hier reingezogen? Das ist jetzt vielleicht noch so die spannendste Frage. Ihr könnt kein Layout hier reinziehen aus der vorletzten Spalte, sondern hier zieht ihr 3D-Ausschnitte rein. Das heißt, ich habe mein 3D-Fenster zu einem Ausschnitt gemacht. Und den ziehe ich jetzt da rein in diesen IFC-Solibri-Ordner. Und das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Und dann wird mein Modell, was man im 3D-Fenster sieht, als IFC-Modell gespeichert. Wenn ich hier unten auf den Button Publizieren klicke. Und jetzt kommt der spannende Teil, der wirklich gut geregelt ist bei Archicad. Ich kann bei jedem einzelnen Element sagen, mit welchem Übersetzer es exportiert werden soll. Und hier sieht man schon, das Dateiformat ist klar IFC-Datei. Es gibt vier Varianten. IFC-Datei ist jetzt diejenige, die ich euch erstmal empfehlen würde. Und hier wählt ihr den Übersetzer aus. Ganz einfach. Und der Übersetzer stammt aus der Liste des Menüpunkts Interoperabilität im Ablagemenü, das ich euch eben gezeigt habe. Das heißt, ihr wählt hier irgendeinen Übersetzer aus und dann wird es in dieser Weise exportiert. Und hier könnt ihr nochmal die Detaileinstellung anschauen, falls ihr das vergessen haben solltet, was der eigentlich macht. Insofern sind diese beiden Buttons hier ähnlich. Der lässt euch einfach auswählen und der sagt euch nochmal so in Grau, was das so ungefähr bedeutet. Und dieser hier zum Beispiel kriegt einen anderen Übersetzer, nämlich Revit Structure. Also das wäre quasi ein IFC-Modell für den Check-in Solibri. Und das wäre eine IFC-Datei für den Check-in Revit Structure, also ein TWL-Planungstool. Und jetzt könnt ihr auf diese Weise euer Modell, wenn ihr das geändert habt, hier unten immer publizieren, komplettes Set immer wieder als IFC-Dateien rausspeichern. In Varianten, so viel wie ihr wollt, so viel wie ihr Übersetzer habt, dann habt ihr immer gleich korrekte IFC-Modelle. Der Publisher ist also ein wirklich wichtiger Teil eurer Projektdatei. Ich habe das jetzt hier in meinem Template ein bisschen vereinfacht, sodass man damit besser arbeiten kann, meiner Meinung nach. Jetzt bewegen wir uns von da aus noch einen Schritt zurück. Also ich habe jetzt hier die Layouts und hier habe ich die Ausschnitte. Da wollte ich jetzt nochmal zeigen, dass ich bei den Layouts auch aufgeräumt habe. Auch da gibt es in der Standard Archicad-Vorlage sehr viel mehr. Nicht bei den Master-Layouts, aber bei den davon abgeleiteten Layouts. Ich habe ein neues Master-Layout hinzugefügt in meiner Template-Datei. Das ist ein Querformat im Format 16 zu 9, also ein Bildschirm-Präsentationsformat, wenn man so will. Ich habe mich bemüht, ich hoffe, dass das funktioniert, dass die Pixelzahl ungefähr auf 1920x1080 Pixel kommt. Bitte schreibt in die Kommentare, wenn das nicht stimmt, wenn ihr eine bessere Idee habt. Man kann das im Grunde genommen mit leichten Modifikationen in einer PowerPoint-Präsentation verwenden. Das bedeutet, das ist ein Layout, mit dem kann ich Archicad-Zeichnungsmaterial so konfigurieren, dass es auf einem Monitor gut aussieht. Das ist also mein neues Master-Layout. Daraus abgeleitet habe ich dieses hier. Das habe ich auch Slide genannt. Gehen wir mal zu den Ausschnitten. Links Projektmappe, rechts Ausschnitte. Das ist mein Erdgeschossgrundriss. Da seht ihr die Einstellung für den Ausschnitt. Und es gibt einen weiteren Ausschnitt, das habe ich gerade schon gesagt, meine 3D-Perspektive. Also alles, was ich im 3D-Fenster sehe, ist quasi dieser Ausschnitt. Auch dafür gibt es diese Einstellung, die man hier sehen kann. In der Archicad-Template-Datei sieht das Ganze nämlich ein bisschen komplexer aus. Gehen wir hier auf die Projektmappe und hier auf die Ausschnitte. Die Ausschnittstruktur in der mitgelieferten Archicad-Vorlage-Datei ist einfach zu voll für den Anfänger. Archicad kann man auf tausend verschiedene Weisen benutzen und es gibt auch genügend Szenarien, wo diese Struktur Sinn ergibt. Aber für jemand, der mit dem Programm starten möchte, ist es einfach überdefiniert, meiner Meinung nach. Es besteht die Gefahr, dass man den Überblick verliert und Ausschnitte an der falschen Stelle gespeichert hat. Deswegen habe ich diese Dinge alle weggeschmissen. Es handelt sich dabei ja nicht um echte Projektinhalte in dem Sinne, sondern nur um Darstellungsweisen, gespeicherte Darstellungsweisen von Projektinhalten. Die kann man dann löschen über dieses rote Kreuzchen dort und dann sind sie weg. Dann kann man neue anlegen. Deswegen gibt es in meiner Vorlage-Datei auch entsprechend weniger. Da ich bei den Ausschnitten bin, was gehört dazu in einer Projektdatei? Was kann man in einer Vorlage-Datei entsprechend regeln? Das sind die Parameter dieses Ausschnitts und das sind die Elemente, die er im Dokumentationsmenü findet. Ich schließe mal den Organisator und die wichtigsten Teile sind die Ebenenkombinationen, der Grundrissmaßstab, die Strukturdarstellung, die Stiftsets, die Modelldarstellung, grafische Überschreibung und Umbau. Der Detailgrad der Darstellung wird gesteuert über die Modelldarstellung. Es erlaubt auf globaler Ebene für jede beliebige Zeichnung in Archicad zu sagen, wie genau werden eigentlich bestimmte Dinge dargestellt. Es hat nichts mit der eigentlichen Geometrie der Elemente zu tun. Es ist nur die Frage, wie es gezeigt wird. Unter Modelldarstellung erstellen sieht man bei meiner voreingestellten, im Template ausgewählten Modelldarstellung 03 Beispielausführungsplanung. Könnt ihr sehen, was das bedeutet. Die Türen werden komplett dargestellt. Fenster werden komplett dargestellt. Dachfenster werden komplett dargestellt. Mit Markern. Dann geht es weiter. Detaillierung für Türfenster und Dachfenstersymbole. Türen, Fenster und so weiter werden auch im 3D komplett dargestellt. Man kann sie nämlich auch schematisch darstellen. Das heißt, ihr seht im 3D-Fenster nur noch so papierdünne Ebenen, da wo eigentlich eine Tür ist. Und das sind jetzt alles wichtige Dinge. Die kann man in der Voreinstellungsdatei nämlich regeln. Also Modelldarstellung beachten. Bei mir in der Vorlagedatei, wie gesagt, 03 Beispielausführungsplanung. Die anderen Sachen sind auch wichtig, aber bei mir gar nicht verändert. Grafische Überschreibung ist ein ausgeklügeltes System, wie ich die eigentlich vorgesehenen Darstellungen von Elementen überschreiben kann. Voreingestellt ist gar keine Überschreibung. Das heißt, jedes Element wird so dargestellt, wie es auch vorgesehen ist. Man kann mal bei grafischer Überschreibung nachschauen, was das heißt. Bauteile schwarz bedeutet, dass eine bestimmte Regel angewendet wird. Und diese Regel hat Einstellungen, die kann ich hier anschauen. Und diese Regel bedeutet, dass für alle Elementtypen, alle Bauteiltypen, die Schraffur auf Missschraffur 100% gestellt wird, und zwar auf schwarz. Ich kann auch auf Prüfung Türgröße gehen und kann mir diese Regel mal anschauen. Da steht Elementtyp ist gleich Tür, Breite ist kleiner gleich 0,885. Das heißt, es werden alle Türen gesucht, die nicht größer als 88,5 cm im Lichten sind. Und die werden dann farbig markiert. Das sind grafische Überschreibungen. Tolle Sache. In meiner Vorlagedatei aber nicht verwendet. Dann Umbaustatus steht auf Rainer Neubau. Ihr könnt ja in Archicad jedes Element einstellen, ob es Neubau, Bestand, Abbruch ist. Und dann könnt ihr Teile davon über diese Umbaufilteroption ausblenden. Das interessiert mich in meiner Vorlagedatei jetzt gar nicht. Die Stiftsets interessieren mich eigentlich auch nicht. Da benutze ich einfach das schwarz-weiß Stiftset 1.2050. Strukturdarstellung habe ich jetzt auch nicht angefasst als Thema, weil ich im Moment immer das komplette Modell sehen möchte. Nur so viel. Die Strukturdarstellung erlaubt euch, das Modell komplett anzuzeigen, ohne Bekleidung, nur den Kern. Das heißt also nur die als Kern eingestellten Bauteile oder nur der Kern der tragenden Elemente. Das sind alles Konfigurationen für die visuelle Präsentation eurer Zeichnung, die ihr von Ausschnitt zu Ausschnitt anders zusammenstellen könnt. Deswegen auch Teil der Vorlagedatei. Kommen wir zum Schluss. Die Ebenen. Unter Dokumentation sieht man, dass das ganz oben steht. In der Ebenenliste der Archicad-Vorlage sehen wir sehr viele Ebenen zum einen. Und wir sehen vor allen Dingen, was ich kritischer sehe, sehr viele Ebenenkombinationen. Von Fall zu Fall kann es unübersichtlich sein, in einem neuen Projekt mit diesen Ebenenkombinationen zu arbeiten, weil man vielleicht was ganz anderes plant, was mit diesen Kriterien nicht erfasst wird. Deswegen meiner Meinung nach ist es besser, für ein frisches Archicad-Projekt da etwas mehr Übersicht zu haben. Ich gehe mal auf STRG-L und schaue mir das in meiner eigenen Vorlagedatei an. Also zunächst mal habe ich weniger Ebenen. Man kann die Ebenen nach Ebenenname sortiert darstellen oder nach den Erweiterungen. Jede Ebene hat eine Erweiterung. Die 3D-Bau-Elemente haben bei mir die Erweiterung 01. Die 2D-Zeichenelemente haben die Erweiterung 02. EFC-Import ist die einzige Ebene, die die Erweiterung 03 hat. Und dann kommen noch Dokumentationswerkzeuge wie Bemaßung, Beschriftung und so weiter. Die haben alle die Erweiterung 04. Das ist aber jetzt eher eine Nebensache und eine Möglichkeit, die Sachen in der Liste zu sortieren. Also ich habe jetzt mehr oder weniger jedem Werkzeug eine Ebene zugeordnet, sodass also die Logik für den Anfänger erstmal vollkommen klar sein müsste. Und habe dann noch 3 ganz einfache Ebenenkombinationen eingerichtet. Keine Ebenen, dann sind dann eben alle Ebenen ausgeblendet. Alle Ebenen umgekehrt. Und alle außer dieser SEO-Ebene, die ich für die Solid-Element-Befehle benutze. Die Ebenenkombinationen sind deswegen so praktisch, weil sie auch hier unten im Ausklappenmenü auftauchen. Das heißt, ich kann jederzeit hier unten am Fensterrand ganz schnell wechseln, welche Ebenen ich sehe. Vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis. Ich benutze auch gerne den Ebenenumschalter, der auch in meiner eigenen Arbeitsumgebung eingebaut ist. Aber das nur so als kleiner Hinweis. Man muss sich ein bisschen an ihn gewöhnen und dann ist er ein sehr praktisches Tool. Zurück zu meinen Ebeneneinstellungen und dann bin ich fertig. Diese Ebenenkombinationen lassen sich natürlich ganz leicht ergänzen. Man muss einfach nur Neue anlegen, indem man bestimmte Ebenen rausblendet. Also das, was man gerne möchte. Und dann klickt man hier auf Neu und kann eine neue Ebenenkombination mit diesen Einstellungen anlegen. Die ist dann auch hier links gespeichert. Oder nehmen wir mal an, ich würde eine neue Ebene anlegen. Ich lege jetzt mal eine neue Ebene an. Die nenne ich mal Test. Jetzt ist diese Test-Ebene neu dazugekommen und ich muss jetzt alle Ebenen aktualisieren. Das heißt, ich bin jetzt hier auf Alle Ebenen und muss hier unten auf Aktualisieren klicken. Ansonsten würde Eichikat diese neue Ebene nicht in das Set Alle Ebenen aufnehmen. Ich mache das jetzt mal nicht. Ich klicke jetzt hier auf Keine Ebenen und dann wieder auf Alle Ebenen. Und dann seht ihr, dass die Test-Ebene auch wirklich ausgeblendet ist. Also diese Kleinigkeit bitte beachten. Ebenenkombinationen aktualisieren sich nicht von alleine. Ihr müsst selber entscheiden, wenn ihr Ebenen hinzufügt, was das für eure Ebenenkombinationen bedeutet. Das war's. Ebeneneinstellungen in meiner Vorlagedatei mit einem reduzierten Set und übersichtlicheren, hoffentlich von Ebenenkombinationen. Freunde, das war's. Ein kurzer Überblick über Einstellungen, die man in einem Projekt vornehmen kann. Ganz besonders wichtig war mir der Export, die IFC-Übersetzer, das Verständnis für Klassifizierung und Eigenschaften, Geschossstruktur, Positionierung von Wänden und Decken. Die anderen Dinge dann in absteigender Reihenfolge auch wichtig. Natürlich hat jeder seine eigenen Prioritäten. Ich bin neugierig auf eure Kommentare, was man besser machen kann oder was ihr in eurem Fall gemacht habt. Ich bin neugierig auf eurem Fall.